Ach, ich bin ein kleines Kind, ich darf jetzt krabbeln, ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu LEGO Star Wars, ich sehe hier. Oh nein, oh nein, wie ist das passiert? Aber Alter, ich hab's grad fast nicht gecheckt. Als ich grad Skywalkazaka sagen wollte. Ganz normaler Satz, Felix, passt doch alles, oder wie bricht der denn jetzt die Antwort hier? Ich war natürlich Jurassic World. Ja, wir haben das jetzt, wie viel Lebenszeit haben wir in das Spiel reingesteckt, das kann ja passieren. Ja, das war das erste Mal, also. Ist ja auch die dritte Folge, oder was, die vierte, ich weiß gar nicht. Vierte müsste es jetzt sein. Ja, da ist die vierte. So, genau, wir folgen den... Vielleicht doch nicht weiter. Kann ich das hier... Was will ich hier? Ach so, ein Grand, der kann ich aufwählen, ne? Der kleine Junge ist bei mir und die Frau, glaub ich. Also kleine Junge sind. So, jetzt kann ich irgendwas bauen. Nee, das ist ein kleines Mädchen. Aber das ist okay, das ist das Mädchen. Schreien kann, wie hast du geschrieben? Okay, hier kann mit Bär, ja genau so. Ach Gott. Ja, hier kann man ein bisschen rumspringen. Ja, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich weiß nicht, einfach den Satz hier folgen. Kannst du hoch springen? Ja, wo du bist. Also du kommst doch zumindest zu mir. Und hier geht's weiter, hier ist irgendwas. Ah, das ist die Infotafel. Ach so, wir laufen hier einfach ganz normal im Park weiter. Ja, dann machen wir das doch fast von der T-Rex umgebracht worden. Ja, aber nur fast. Ja, ich sag's halt los. Ja, deswegen laufen wir jetzt auch wieder am Gehege. Wir haben schon den lang. Weißt du noch, wie rausragend... Ich hab kurz was getan, wie lauf ich den gegen die Worte. Weißt du noch, wie herausragend ich ein Minikit geholt hab? Und diesen T-Rex. Hm, ja. Ah, siehst du. Übrigens, ich weiß, bei vielen Leveln wirklich zu null Prozent. Kannst du klettern? Wie genau? Ja, weiß nicht. Man kann auch hier springen. Ja, aber hier ist eine Wand, wie es aussieht, als wenn man klettern könnte. Aber ich kann nicht klettern. Und vielleicht, wenn du ein Mädchen bist und agil ist, kannst du vielleicht klettern? Ja, das schon doch nicht. Nee, da müssen wir was aufbauen, oder? Auch vielleicht kaputt. Ja. So? Hm. Vielleicht doch nicht. Aber da oben ist ein goldener Stern, da schauen wir. Ah, ja, dann gibt es wahrscheinlich Charaktere, die klettern können. Ja, irgendwas. Vielleicht ein Tino sogar. Vielleicht ein Tino sogar. Das wäre auch möglich, ja. Ich weiß nicht, wenn... Wenn dann müsste ein letztes Part natürlich nachholen mit dem Tino spielen. Weil sie durften... Wir durften... Wir durften noch an die Triceratops spielen. Hat irgendjemand was dabei zum Werfen? Das ist ja auch die Triceratops. Das ist doch schön, finde ich. Irgendjemand hat... Er hat doch seinen Baseball hatte, oder? Hast du schon mit dem Sorge? Ja, nicht immer, oder? Das hat er ihnen zumindest nicht immer. Ich kann nicht, er hat einen... Dachte ich jetzt... Das ist jetzt doof. Ah, nee, du hast den, du hast den, hier. Guck rechts, du hast ihn, du kannst werfen. Ah, danke. Habe ich jetzt nicht gewusst. Und... Und... Man kann nur einmal... Man stirbt halt im Wasser nicht, man schickt einfach nur wieder zurück. Das ist auch interessant. Das war doch vom Fallen gerettet werden. Wir hatten nur ein Flugzeug, oder? Ja, genau. Hä? Ich weiß doch nicht, was du da jetzt gerade machst, aber... Okay, ich habe... Ja, ich bin halt in die Doppel gesprungen, weil ich mir immer dachte, es reicht halt. Ach so, hier geht es jetzt hoch, da können wir oben oben rein und... Hier dürfen wir hier rein oder dürfen wir hier nicht rein? Nee, dürfen wir hier nicht rein. Es ist dunkel. So Angst, aber wir sind ja trotzdem hier. Ja, also ich gehe öfter... Ja, und gehen wir mal an dieses Gehgereine. Es scheint ja anscheinend, dass Dino rausgebrochen ist. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil die Streben hier draußen gedingst sind. Die hier die Stallseite. Ach, der ist tausend. Und dann... Und dann haben wir die Parkinfo. Und dann machen wir das mal hier. Los, los, los. Kaputt. Am Münzen. Wir haben noch keinen roten Stein bekommen, ne? Wie auch? Naja. Oh, so schnell. Was? War ja hundertlang galt... Was? 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 Das ist der Dinosaurier. Jetzt habe ich nicht weiterlesen können. Ja. Es ist der Mikro-Raptor. das größte Mikrorotter Halt durch Sind das Fleischfresser? Fleischsaurier? Die Formation Reizise Richtung Wechsel Wie ein Vogelschwarm auf der Flucht vor einem Raubvogel Und äh Sie kommt präzise auf uns zu Ja Am Level jetzt wahrscheinlich hier Chessy war Ja gallimus jagd ich bin ich bin ja ich bekomme zurück ich habe ja diese stadt hier glaube ich folgen das bringt uns also wenn ich das auf dem boden sind kann man ihnen entlang laufen springen und eigentlich was war auch schon bekommen ich springe jetzt ist entspannt den kriegst du ja es ist die frage vor was tief fliehen also für welchen ich frage es ob wir das wissen wollen und warum gehen wir auf die seite ich glaube er will nicht weg ist richtig ich gehe den strom wieder anstellen das ist kein spaziergang ja klassiker ein gewerrohr wird auch schon wieder die frau spielen da ist eine wurst weiß noch wen die wurscht gehört heißt wir also nicht der elektriker der elektrik der elektrik mundi der wurscht mr arnold das ist leer oder bin und diesen im chef elektriker bei bmw checkpoint warum bin ich die frau es wird es auch bei der hauscharakter ist verstehe jetzt du hast die waffe weiß wie man einen liest ich habe nur eine lampe ich schlag dich ich gehe nach rechts kann ich hier machen aber speichern ja nochmal speichern voll von das passt ich wurde da mal dieses ding aus kann man hier durch kannst du hier durch nee brauchen wir da keine ahnung das bist du auf jeden Fall nicht eine Sackgasse oder doch und jetzt hast du eine lampe ich habe eine lampe und da brauchen wir einen schüssel dann heißt wir müssen schlüssel finden jetzt können wir endlich wo rein wo es ist wo dunkles ja was was für ich kann nichts aufheben ach so du musst du da sind am boden rumkrabbeln glaube ich ich habe doch den schlüssel den hankert oder ich habe auf was den schicks bauern machen ist auf dem boden auf einem vieren wieder so krabbs einfach im metall aber was habe ich denn davor aufgesammelt das eigentlich gerade trotzdem gefällt du hast solche die kann um eine luke zu ja irgendwie sowieso gläser im glas oder so äh das hat wirklich ich wollte natürlich direkt ich habe natürlich sehr gemeint da erkenne ich gerade den schlüssel nicht hmmm 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 ja dann schießt man auf die ziel würde ich sagen ein schuss ein treffer das war anstrengend das von schluss hast du dir jetzt extra eine treppe gebaut also das ist das treppe aber als wir haben so ein stück hier können wir noch ein kleines entlang krabbeln ich bin ich bin schon groß und hier ich glaube diesen regler geht es nicht gut ich bin doch der oder was muss jetzt zu ich bin der frau ich kann hoch springen ja ja wir haben sehr schön zu 100 prozent ich habe das gewehr ich habe das licht ich habe das gewehr wer ich wollte eigentlich das ding schlagen nicht dich warum warst du auf deinem leben achte jetzt langsam hier ist hier so wie wenn die links gelaufen wollen nicht sterben wollen nicht sterben was hier ist hier sieht man so einen haufen den ich reingreifen kann mal sachen zerstören wenn sie mit uns konntet ihr sie bauen was du bauen dank nächstes eiskirchen gibt es doch hier bei den huauburmen ein kleines niemand von uns das war halt die stimme war halt perfekt das ist wirklich exakt 1 zu 1 zu gewesen wie im kino hier ist aus der sowjet ist jetzt aufgefallen zwiebel was red ich dir gerade ich finde mich auch immer lustig so dann springt man hier an mir denn jetzt eigentlich das war jetzt vielleicht nicht so gut von mir es das war jetzt mutig sein ich hoffe mal dass er dir jetzt nicht kommt respekt sie können den hauptschalter nicht per hand umlegen sie müssen den hebel mehrmals auf und ab bewegen damit es funktioniert mehrmals auf und ab bewegen hallo brauchst du jetzt mal aufbauen oder das mal aufbauen und das noch gut machen und jetzt mehrmals auf und ab bewegen ich bin einmal weil ich die bitte getroffen habe oder warum selbst so gut ich bin einfach ich bin sogar das elektriker er ist nicht elektriker wissenschaftler ja er war irgendwie tot glaube ich nicht weil wir bereits gejagt werden und schweigen wir noch mal er hat gejagt werden ja da kommen wir zum busch der ist nach hause den kann er wie gesagt er frisst auch wenn er echt süß ist er ist und dann ist keine aus ne das das könnte die werden jetzt hast du immer jetzt flugser wütend gemacht ich schmarrn das ist das das ist los auf dem boden mit dir ist jetzt eine domina oder was er ja das ist das ist so hinter mir okay also dass du es mir mache ich ja ich hab doch schon immer ist da jetzt hat er ist wieder an groß alles klar ich glaube da kannst du aber nicht ohne ich bin doch irgendwie ja und wir heißen sie mit 2 also was ist ihr deck name das ist so was ist mein deck name der deck name ist poison häusende das ist das erste lego werden jetzt leider nicht weiter spielen dürfen weil sie noch okay der typisch wird ausfragen gefühlt und fleischpläste pronsten weil es heute gibt ja schon die das machen darf so ist das spiel ist eigentlich gut wenn es nicht jetzt wird sie abschützt würde das ist das leben würde mit den checkpoints sehr gut vom kapitel etwas umschleicht ich dann so ja aber doppel so will sein aber sonst kommst du mit oder was kein bock das ist eine jahre ganz ehrlich auch echt gemeint du musst noch was tun für mich jetzt gewohnt dass ich irgendwie was muss ich machen helfen sie machen schlag ihn bin ich da leider dann kann man keine sterben als habe ich nicht mehr ausprobiert das ist eine liane gerade in der moment wo ich springen wollte würdest du ja angegriffen ich habe mich beteiligt ich habe mich zwar wie ich das geschafft habe weil das war sehr unrealistisch ja also ich glaube normal überlebt man diese begegnung nicht weiß es nicht wie sie so führen was sind das jetzt hier warum kommt man dann wie jetzt hier ob dafür gift ein velo alte scheiße die münzen auf die brücke oben links gegen schießen schon stimmt recht weit so darum auch um drücken über die rechts über die ja jetzt das mit christmas sammeln hast du hast schon genug schießt der raptor wieder spannung dann schießt es nicht mehr ab ja da ist ja ich will mich mal umbringen lassen wo ist es aber ich glaube ich habe ich immer gucken was ich wenn es im roten bereich geht sterb ich wahrscheinlich oder sie wird lieber die eier sind gerade auch wenn es dann wer da schaut ich habe getroffen ja ich bin gestorben du hast mich gerettet ich habe auf deine hilfe gewartet aber die ist nicht gekommen ja ich mag dich ja nicht so ist das so ich rede jetzt nicht vom spiel kröckel ach so also ich bin jetzt nicht drauf kannst du machen springt darauf der münzen geschnitten jetzt springen hoch ich habe den stein daraus die diese weg wird steinig und schwer ist das hier nicht da war sowas einfach so sagen oder können wir das kopf nicht ja ja ich bin ich da angst beängstigend davor stehe dir ausgerichten ausgerichten ja einmal geschlagen wieder weg mit dir und eine hand ist weg ja okay wieder drei da ist egal spannung es war kaffeepause gut schwierig schwierig vielleicht mal was passiert wenn ich drücke kriegt das falsche okay ich glaube ich habe drei leben hat euch kann ich jetzt denken wir werfen ich kann es werfen auf ihn werden ich habe angst sobald das mit du hast jetzt ein leben weniger wenn du jetzt nur schlägst ich glaube ich habe ja ich dachte einfach dass das random ist einfach wirklich wenn es nicht wirklich angezeigt wird das lego spiel das ist ja da wo er raschelt da ist also hier rechts genau da scheutern wir lieben wir betäubt ist es zu springt er weiter um recht im deutschen ich glaube es ist links ja aber so auch wie sie besser nicht warum ich nicht mit nicht mit meinem gb abschieße aber ist egal letzten dass du machen ja so wenig aufgepasst wo ist aber ich jetzt mal davon aus in der mitte ich wollte ihr das getroffen du hast zuerst geworfen ja ich habe nach links geschmissen links war er drin also wie es überhaupt schneller ankamen ja ja weil du zuerst es kommt jetzt ja strom wir anschalten naja das war das level wir sind gescheitert nicht genug geld gesammelt aber zwei minik sammeln obereis habe ich übersprung timi murphy henry kürmer kaufen die ärzte ok auf sie ja und nichts dafür haben so ein welcher zufrieden älter zurück wo kann man die dinge eigentlich alle kaufen ja jetzt habe ich 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 jetzt auch gerne genau dass sie also schon seit 64 millionen jahren mindestens klar so ausgestoßen also irgendwie dort korte jetzt sagen überhaupt keine dinosaurier und jetzt bist du ich bin ja so kann ich mein dino jetzt ausfüllen und wo kann man charaktere kaufen ist meine andere sache weil hier kann man irgendwie nicht ich glaube da nicht wahrscheinlich nicht mehr gibt es hier irgendwo was vielleicht gibt es das aber reinschauen und dieses dieses haupt hütchen hier ich schon mal hier rein ach warum wir noch nicht drin wieso wieso trotteln halt ja weiß auch nicht warum aus das hier gehen technik labor gucken wir mal in deine nähe hier sind die sauer verarbeitet ja aber wahrscheinlich schauen wir mal was ist die entsteine dem us gesammelt ist einer dieser tops was können wir es mit dem machen das mache ich hier kannst ich vor wen an wir haben schon die schlechte sind nicht schlecht gold hat das nicht mehr so attraktiv ist der alle habe ich jetzt habe zwei wechseln muster das sieht doch gut aus ja der streifen schön aus jetzt bin ich ganz woanders was das hier zufällig nein nein jetzt habe ich das kopf was das ist ja quatsch sie sich mit ihr habt darauf haben es im kopf hat gefühlt ja jetzt muss ich noch mal farbe 1 1 gewesen was ja den nehmen wir doch mit würde ich sagen das lassen sich jeden fall so den raptor wenn jetzt hier ab dass ich so 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 muss grün gehört würde ich hier in tritt machen erst mal das werden sie ja erster lassen den dings so kann man die alle hier so wie wenn man das dann aber dass das hier also schon natürlich viel und noch mal selber das abgestützt an zum zweiten ane es weiß ich was es ist wo ich mich da möchte mal wieder hier donation info vorschlagen das brauchen wir nicht das spiel ist nicht komplett auch kleine ist gar nicht gestützt aber das ist gut das war ich wurde noch ausgetappt automatisch ja 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 ich finde eigentlich ganz schön der dna leuchte der karte oder der weg oder der linke der linke der wohl nicht so krass leuchtet das was besser oder das kann man jetzt da kann man den so wissen das war wie die sein kann irgendwie so eine muss tatsch geben ein wisselbild hat das kann man irgendwie wir können in denen das bild gehen das gewisse ich das rumpf noch mal kann lassen dass sie sich jetzt hässlich aus zurück machen lassen aber so muss gerne das leoparden ding aber das leoparden ding ja so schauen die dinos das war schon mal jetzt ist zwar eigentlich das wofür ich gekommen bin hier in sommer als sie gar nicht glaube ich zurück das wollte ich der plan und da ist gar nicht längst irgendwie bei dir wechseln der ich weiß nicht wer bei mir ist aber kann es ausprobieren was was ist hier b aber man hat sie nicht gefunden aber man kann sie dann hier kaufen und bis ich mir gar gibt es mit mini detektor rote stein detektor geugelne steine bernstein detektor schnell bauen statt zu ziehen ja kommt die modus okay klar muss das ist sofort zerstören was ich muss ich neben 16 betonen hier in dicks probleme wenn wir es im spiel machen dann der trief verkleidung auch interessant und wo kann man jetzt charaktere kaufen es gibt gute extras und dann kann es die nutzen wo könnte jetzt charaktere kaufen oder überhaupt auswählen wenn anders aber wir sind gleich etwas zu stürmen ist doch ich komme ich wieder aus ein bisschen für das ist ich komme nicht mehr raus das ist doch die tür hat sich gerade gehoben und ich war hier war für dinge 18 die laufen hier rum wie ein fluch der riebig jane kauf ist aber nicht der menschen die musik kriegen wir direkt so mit dem bernstein kannst jetzt hier irgendwo ausfüllen ist erstmal so ein dino ding noch finden ist jetzt einzig auch gleich vorbei also haben wir nicht doch wir haben 19 minuten gerade durch aber da kommen wir nicht ich dachte ist ja über die halbe stunden da kommen wir nicht rein das sind unsere andere typen es ist ja hier fans der unterhaltung praktisch der hier irgendwo wo man die noch auswählen kann ich weiß noch was das ist das ist kein wissenschaftler okay fragen was machen kann aber hier kann ja wie vor kein dino ausfüllen das wollte ich nicht ist die einzige im park aber hier ging es doch geht hier auf irgendwie die ganze einfach so ich komme dann nicht durch das war ja dann gucken wir unsere dinos nächsten folge wahrscheinlich waren wenn wir dahin kommt zumindest irgendwo auswählen können ja oder kauft ja genau und genau jetzt haben wir heute und so wie jetzt die raptor in der folge gehabt und ich bin dran mit dem ton wieder ja jetzt die raptor über noch mal kurz überlegen wie macht ein video ziel das kann man hier sehen kann man hier vielleicht ein dino ausfüllen zu vielleicht kann ich damit noch zum dino fahren schnell mir ein probes und anzuhören ja das sieht gut aus sitzt irgendwo weiß was ist egal ist egal stefan sagt tschüss und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder